Ich seh nix. Oh, was? Wie? Checkpoint? Okay. Hier sind Münzenbistum geht nicht mehr gerade. Und so ein komisches Fass. Geht da kaputt? Ja. Oh, Garn. Sehr nice. Ich weiß zwar nicht, was ich mir damit bauen soll, weil ich grad nix bauen könnte, aber hey, ich hab Garn gekriegt. Dankchen, Leute. Wollt ihr mich nicht rauswerfen, dass ich hier gerade einfach mal irgendwie reingekommen bin? Nein, nein, schon nach nicht. Aber ich glaub, der Chefkoch da vorne wird schon dafür irgendwie sorgen. Oder auch nicht. Dankchen. Hier, Drink. Geht aufs Haus. Okay, der lebt immer noch. Warum lebst du noch? Mit mir, Dier. Na, Kollege? Hast du gesehen? Mein Drink war krass. Ja, die ganze Zeit. Seitdem du in Mafia-Town landest, hat es mit diesen magischen Hohenglaufen gekämpft. Dann gib sie einfach mir. Dann sind sie weg. Also, High Five ins Gesicht? Das ist aber nicht gerade Mafia mäßig. Und schön, dass dein komischer Hut da so rumwackeln tut wie Wackelpudding. Oder ist das dein Hirn, das da wackelt? Was? Was ist das denn jetzt? Und nette Musik, die da gerade läuft. Sag mal, okay. Ja? Kann ich die jetzt angreifen? Ja, geht doch. Okay, ich hau lieber ab. Aber er ist nicht gerade fair. Äh, okay. Ich wollte gerade schon sagen, gibt der auch mal Gesundheit? Wäre nämlich nicht so geil, wenn ich jetzt hier mich treffen lasse, die ganze Zeit. Okay. Ich konnte doch vorhin angreifen, warum nicht jetzt? Jetzt ging's? Ich bin verwirrt. Da, Drink. Okay, oder auch nicht. Na, ist das jetzt wütend? Okay, was soll denn jetzt? Ja, klar. Ja, klar. Hey, wo kommt der denn her? Ich habe jetzt gerade mehr darauf geachtet, weil da gerade so ein Typ von der Seite kam, statt quasi... Warum? Au. Warum kann ich dich in der Luft angreifen? Ach, jetzt ging's. Okay. Ich habe gerade mehr darauf geachtet, weil der Typ da von der Seite kam, statt quasi auf die Säcke da oben zu achten. Supertab! Na, geht doch. So sollte es die ganze Zeit sein. Da, kriegst du einen Drieb... Ja, oder halt, und ich kriegst einen Regenschirm halt. Ich gebe dir eins auf die Mütze. Ja, ich weiß, du wirst jetzt gerade zu dem Super Saiyan. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber okay. Hast du davon? Wer sagt, dass das, dass das meine Freundin ist? Äh... Was bist du denn für einen Transformer? Da kommen wir ja gerade vor, wie die eine komische South Park-Folge. Ich weiß leider nicht mehr genau, was da alles nochmal passiert, aber irgendwie kommt der ja gerade so vor. Ja, ich will ihn ja treffen, ich weiß aber gerade nicht wie. Ähm... Kann das Zeug da eigentlich in dieser Fiole eigentlich auch steif werden? Weil so lange, wie ich hier am Rumschütteln bin, kommt es mir gleich so vor, als hätte ich hier bald Schlagsahne. Ja, also... Okay. Au. Achso, ich soll... Okay. Ja... Ich will hier raus. Dann halt nicht. Ich bin gerade ein Teil von dieser Masse geworden. Ich bin gerade in einem Anime, oder was? Die sagen auch immer ihre Angriffe. Ja... 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 Pullo of Doom. Was? Warum explodiert der Typ da so? Na wenigstens habe ich meine Eieruhr. Äh... Was ist denn jetzt gerade? Ist das irgendwas von dieser komischen Eieruhr, oder was? Und dann ist die Mafia... Ja, deswegen will ich's so wiederhaben. Ähm... Generativen... Warte, ...哈? Die Dinger machen nur was anderes. Woah! Was?! Wa... ... ... Entsp 제� allegedly... ... wusste욘�man hier ... ... Bestimmt... ... ich aber nicht. Ja, Typen wie dich ziemlich dumm dastehen lassen, hat man ja gerade gesehen. Weil es ist jetzt auch egal. Warum sollte ich das nochmal tun? Es sei denn, ich würde ein Spiel spielen, dann würde es mir egal sein, aber, ähm, hä? Nein, warte, wir können es so machen, dass die Mafia nie auf der Isle gekommen ist. Warte, 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 sogar besser, wir können crime-fighting-Times-Traveler sein! Warte, was? Das macht keinen Sinn. Du hast all diese Macht, und du wirst es nicht nutzen, um zu kämpfen? Wenn du sie nicht benutzt, um zu kämpfen, dann werde ich es. Ich lasse nicht, dass diese Isle nicht als Mafia-Town bleiben lassen. Ich bekomme alle Zeitpunkte für mich selbst. Du hast meine Worte daran. Habe ich jetzt gerade einen neuen Bösewicht bekommen? Na, offensichtlich. Mustache Girl hat die Hälfte deiner Pons geklaut. Ah, okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie die beiden heißen. Bartmädchen und, äh, Pons? Was sind Pons? Egal. Sag bloß! Habe ich eine neue Zone freigeschaltet, oder was? Habe ich da irgendwie eine neue Axt freigeschaltet? Ich gucke erst mal ganz kurz. Scheint so. Und ich habe dann noch was freigeschaltet? Okay. Was? Time Rift? Was ist das? Time Rift? Ich geh da mal rein. Äh, was ist denn das jetzt? Warum wird mir ein Bild gezeigt? Hä? Achso, ist das irgendwas, das, was ich da irgendwie in dieser Welt finden kann, oder wie oder was? Goldene Tresor. Ich kann mir diesen Axt nicht freischalten. Super. Hm. Ich geh mal erstmal den Goldene Tresor machen, würde ich mal sagen. Wobei... Ne, ich such mir das Ding da. Ich such mir mal das eine Ding da. Da geh einfach mal rein und mal schauen, wo das Teil jetzt ist. Wo ist denn das Ding jetzt? Ich weiß, dass er irgendwo beim Wasser war. Ich weiß aber nicht, ob das oben oder unten gewesen ist. Hm. Irgendwo wird's schon auf jeden Fall sein. Fangen sie halt nur. Oh, das ist eine Kiste. Weg mit euch. Einen Bird war woanders. Was ist das denn hier? Ich hab'n Kuchen bekommen. Dieser Schatz könnte mit anderen Schätzen übereinstimmen. Okay. Ja, klar. Das ist ein Kuchen. Glaube ich zumindest. Und der passt mit meinem Magen. Ach, da unten ist es, sehe ich gerade. Da unten ist ja ne komische Dingen. Und was genau macht das Teil? Huch. Äh. Okay. Ich bin jetzt in Abwasserkanälen. So sehen Abwasserkanäle normalerweise nicht aus. Okay. Jetzt sieht aber schick aus. Ist das quasi jetzt gerade einfach nur so ein Jumping-Puzzle? Und was kriege ich dann am Ende? Okay, ein Absturz offenbar. Ah, scheint ja recht groß zu sein. Schätze mal, da gibt's wahrscheinlich dann auch bestimmt größere und noch schwieriger wahrscheinlich. Was ist denn das da hinten am Ende? Man kann's überhaupt nicht erkennen, weil's noch so schwummerig ist. Hi, ich bin auf den, ich bin auf den. Äh, okay, dann halt nicht. Wie, ich krieg hier nen Checkpoint? Hat ich schon mal nicht gut, wenn ich seh, dass ich Checkpoints kriegen können. Dann werd ich wahrscheinlich sehr oft irgendwann mal runterfallen. Bestimmt hier jetzt. Na, wobei. Ist groß genug, da fall ich schon nicht runter. Da. Tch. Sagt da und fällt fast runter. Achso, das ist so ne Eieruhr. Sag ich jetzt schon wieder. Sanduhr. Meine Güte. Dann gibt's die also nicht nur quasi da, wo ich die Akte habe, sondern auch da bei... Solchen Timerifts? Äh, what zum Geier ist das denn jetzt? Hä, was? Achso, ich, ich hätte... Okay, nehmen wir mal. Sprint-Tour drückt die Helfe... Achso, das ist auch zum Sprinten gedacht. Jetzt habe ich schon wieder nen Eindringling. Und was war das gerade? Okay, Tagchen. Ich hab den komischen Chefkoch hier. Und was war das gerade? Okay. Jetzt seh ich ein bisschen anders aus. Hm. Ich bin Godzilla. Oder ich bin Murloc, ich weiß nicht genau. Das ist... War das gerade so ne Lootbox? Ich glaube heutzutage kommt echt kaum noch ein Spiel irgendwie ohne Lootboxen aus, wa? What a lovely spaceship you have here. Sorry for the breaking entering. I just really wanted to see what an alien spaceship is like. Ähm, Mädel, oder Junge, oder keine Ahnung, was du bist. Ich hab da riesengroße Scheiben. Da brauchst du nicht reinkommen zu sehen, wie es hier drin aussieht. Du weißt... Ich erwähnte, Aliens zu mehr grün sein und wahrscheinlich mit einer Angst für Fleisch. Aber ich glaube, die Aliens kommen in alle Formen und Größen, hm? Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Hey, wenn du willst, um unsere Planeten zu exploren, musst du es erst verstehen. Otherwise, du wirst nicht wissen, ob du auf Gras stecken oder auf Quicksand. Doch, ich glaube schon. Gras ist grün und Treibsand nicht. Und wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Wirst du nicht wissen, wie ich die Relics identifizieren? Dann, jetzt. Kuchen und Karate ist hier. Ich lasse dir diesen Burger-Kusschen-Relic für frei. Ach so, nee, das ist die... Ach so, okay, äh... Okay. Hey, die untere Hälfte habe ich ja schon. Okay. Ich habe dir alles, was ich weiß, über Relics. Das geht ja easy. Ich habe ja, glaube ich, sogar das Ding zusammen, ne? Reparaturkosten... Hast du allen Ernstes deinen Schrott mitgenommen, den ich dann selber reparieren darf, damit ich das wiederum aus meiner Tasche bezahle? Das heißt doch, arm wie eine Kirchenmaus und nicht arm wie eine Chefkochkatze. Kann ich das Ding hier wenigstens benutzen? Nein, natürlich nicht. Wobei, Reparaturkosten sind billiger. Och geil. Dann wollte man eigentlich ein Level freischalten, aber geht halt nicht. Äh, das ist die falsche Reihenfolge. Was ist dein Schatz von den komischen Planeten identifiziert? Ja, warum sollte ich mir so ein Kissen kaufen? Habe ich dann noch so einen Rift freigeschaltet? Steht da jetzt was? Achso, du hast es da unten am stehen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da unten steht, weil das leider nicht wirklich erkennbar ist, wegen dieser einen Lampe, die da ist. Aber egal, dann lese ich es einfach trotzdem mal so, wie ich es vermute, wie das sein könnte. Nachforschung ergeben, dass dies sehr weich ist zum Draufsitzen. So weich, dass die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass dies die Stühle dieses Planeten sind. Es ist kein Snack. Ich habe es versucht. Es schmeckt wie Stoff. Weil es auch Stoff ist. Hast du schon mal ein Kissen gebraten oder dann essen wollen? Schmeckt nicht grad gut. Kann ich bezeugen. Was? Wo war ich jetzt? Ach, da oben. Genau. Was habe ich denn da jetzt da gemacht? Habe ich jetzt irgendwie noch einen Rift freigeschaltet oder wie oder was? Offensichtlich ja. Ist das jetzt irgendwie eins, was ich jetzt betreten kann? So oder irgendwie auch mit einem Bild? Ist auch mit einem Bild und okay. Ich weiß zufälligerweise schon, wo das ist, weil an diesem Strand bin ich vorbeigekommen. Ja gut, dann mache ich erstmal an dieser Stelle Ende und hoffe mal, dass ich dann quasi, wenn ich diesen Time Rift dann mache, auch währenddessen dann 100 Ponds zusammenkriege, damit ich dann den nächsten Akt freischalte. Oder irgendwas anderes. I don't know. Ne goldene Tresor habe ich ja auch noch zur Verfügung gestehen. Stimmt? Gut. Vielen Dank für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Moiboi.